Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Ferrell und in diesem Video, ja, da schauen wir uns Michael Burry an, denn der hat es wieder gemacht. Der hatte 2008 schon die Finanzkrise vorhergesagt und dort ganz, ganz stark die Aktienmärkte geschortet, also auf fallende Kurse gesetzt. Und das hat er jetzt wieder getan mit mehreren hundert Millionen Dollar und ja, er hat trotzdem einige Aktien gekauft und welche das sind und wie ich auch grundsätzlich die Lage einschätze, das zeige ich dir alles in diesem Video. Natürlich wie immer keine Anlageberatung und schreib auch gerne mal in die Kommentare, wie du aktuell so die Börsensituation handelst und was du tust, ob du Aktien kaufst oder verkaufst. Ja und wie gesagt, Big Short war damals eben der Name für seine Riesenwette, wo er wirklich extrem reich geworden ist und ja, aktuell hat er den Big Short 2.0 gestartet, hat aber wie gesagt trotzdem einige Aktien gekauft, obwohl er gegen die Gesamtmärkte ja handelt. Aber da ist natürlich die Frage, was steckt dahinter, wie ist seine Strategie und was macht vor allem auch diese Aktien, die er jetzt gekauft hat, so kaufenswert und sind sie das wirklich und das schaue ich auf jeden Fall noch mit euch an im Detail und wir gehen dann auch gleich noch mal in die Charts rein. Jetzt schauen wir uns mal ganz kurz die Börsenlage an sich an und ob man sich Sorgen machen muss oder nicht. Wir haben beim Fear and Greed Index, also beim Angst und Gier Index immer noch relativ viel Gier drin, obwohl man da auch schon wieder eine Tendenz sieht, dass es sich wieder etwas abschwächt. Wir hatten auch schon extreme Gier in den letzten Wochen, also da sind wir schon wieder etwas korrigiert und man sollte grundsätzlich eigentlich eher bei Gier und extremer Gier verkaufen und bei extremer Angst und Angst eben kaufen. Also von daher an sich, der Fear and Greed Index würde grundsätzlich mal seine These auch untermauern, dass die Aktienmärkte vermutlich jetzt erstmal in den nächsten Wochen oder Tagen oder Monaten eben korrigieren werden. Also rein von Fear and Greed Endings könnte man sagen, Michael Burry hat hier durchaus richtige Indikatoren genutzt und dementsprechend auch seine Shortwette quasi damit begründet. Natürlich muss man sich aber noch mehr anschauen, schauen wir uns mal grundsätzlich die Indizes an. Wir schauen hier und mal den S&P 500 an, gegen den er gewettet hat und auf der anderen Seite auch noch mal den Nasdaq, also den Technologieindex der USA. Und da sehen wir, dass wir tatsächlich auch an vielen Widerständen gerade sind. Also auch da kann man durchaus sagen, das macht durchaus Sinn aktuell zu shorten. Wenn ihr übrigens auch shorten wollt, unten in der Beschreibung des Videos habe ich euch einen Broker verlinkt, wo ihr shorten könnt. Und auch das Ganze heute noch machen könnt. Ich persönlich würde sogar sagen, dass hier der S&P 500 und der Nasdaq definitiv korrigieren werden. Das ist meine persönliche Meinung. Also ich bin persönlich auch aktuell short gerichtet. Und ja, trotzdem setzt er auf einige Aktien. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob man die trotzdem auch jetzt kaufen sollte, obwohl der Gesamtmarkt eventuell runtergehen könnte. Also Expedia, das ist die erste Aktie, die er in seinem Fonds mit drin hat. Und Expedia ist grundsätzlich ja eine der größten Reisebuchungsportale der Welt und kostet 101,92 Euro aktuell. Hat eine Marktkapitalisierung von 15 Milliarden US-Dollar und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis aktuell von 20. Das ist erstmal günstig. Also 20 für so ein Unternehmen, was ganz gut wächst und was eben auch aktuell in einem guten Sektor ist. Denn der Tourismussektor kommt ja nach den schwierigen Jahren durchaus wieder zurück. Und wir haben hier charttechnisch auch durchaus einige Unterstützung in dem Bereich, wo wir uns aktuell befinden. Also auch das spricht für Expedia. Also da kann ich durchaus nachvollziehen, dass er sie in seinem Depot drin hat. Und wäre definitiv auch eine Aktie, die ich kaufen würde. Aktuell ist seit den letzten zwölf Monaten eher seitwärts gelaufen. Aber auch hier sehen wir einen schönen Doppelboden, der auch wieder mehr Aufwärtspotenzial als Abwärtspotenzial verspricht. Wir haben grundsätzlich auch einen schönen kleinen kurzfristigen Aufwärtstrend, wenn man sich so mal die letzten Monate anschaut. Wir hatten natürlich hier mal einen etwas stärkeren Abverkauf. Aber da ist auch der Kurs schnell wieder nach oben gegangen. Also auch das ist ein gutes Zeichen. Und, und das ist auch noch ganz, ganz interessant, wir haben aktuell, wenn man sich die gelbe Linie, die 50-Tage-Linie und auch die lila Linie, die 200-Tage-Linie anschaut, ein sogenanntes Golden Cross. Also Golden Cross bedeutet, dass es ein sehr bullisches Signal ist, also eher für steigende Kurse gilt. Und in dem Fall wirklich Expedia, ja, muss man ganz ehrlich zugeben, ist eine schöne Aktie, ist gut bewertet, ist auch charttechnisch interessant, hat, wie gesagt, auch eine Branche gerade im Hintergrund, die eben ja wieder am Wachsen ist. Und von daher definitiv, das kann ich absolut nachvollziehen, dass er die noch im Depot drin hat. So, die zweite Aktie, CVS Health. Ja, bei CVS Health ist es so, das ist ein Anbieter für Apotheken, für klinische Dienste oder eben auch zum Beispiel Krankenversicherungen. Und ja, wie schaut es bei CVS Health aus? Die Kosten aktuell 67,94 Euro. Auf den ersten Blick charttechnisch auch, ja, durchaus interessant, weil sie eben ja auch wieder durchaus in den letzten Monaten zurückgekommen sind. Also waren ja hier auch schon, ich will nicht schon wieder durchaus sagen, Gottes Willen, was ist denn hier los? Wir haben hier übrigens noch auch einen schönen Dreifachboden, zumindest einen Doppelboden, aber ich würde sagen eher einen Dreifachboden, der dann eben auch dazu geführt hat, dass der Kurs wieder deutlich angestiegen ist, natürlich auch mit guten operativen Ergebnissen. Jetzt aktuell ist der Kurs deutlich wieder zurückgekommen, weil die Ergebnisse nicht mehr so schön sind und eben auch grundsätzlich im Gesundheitssektor gewarnt worden ist vor dem Ausblick. Wir haben aber auch hier wieder kurzfristig gesehen einen Doppelboden, den wir ausgebildet haben. Also auch von daher hier wirklich wieder charttechnisch interessant. Wir sehen hier den Doppelboden, also eine schöne Bodenbildung plus eben wir sind auch noch über der 50-Tage-Linie. Also auch das spricht für ein bullisches Signal und für steigende Kurse. Wir haben aber eine Bewertung von KGV 32, was nicht wirklich günstig ist, eher teuer, das muss man auch dazu sagen. Also das spricht eher gegen die Aktie. Aber wenn dieser charttechnische Impuls hier mit dem Aufwärtstrend eben ja Stand halten kann, dann ist auch diese Bewertung gerechtfertigt und die Bewertung war auch schon immer recht hoch bei CVS Health. Also das muss man auch dazu sagen. Wir haben eine Dividendenrendite von 3,26 Prozent und eine Marktkapitalisierung von 87 Milliarden US-Dollar. Also ein wirklich großer Konzern. Ja, kann man machen, muss man nicht, aber ist durchaus auch nachvollziehbar, warum er die noch im Depot drin hat. So, kommen wir zu Stellantis. Auch diese Aktie hat er in seinem Depot noch drin und gekauft. Ja, Stellantis an sich ein wirklich gigantisch großer Automobilkonzern, ehemals Fiat Chrysler. Da gehören zum Beispiel Marken dazu wie Abarth, wie Alfa Romeo, wie Chrysler, wie Dodge, wie Fiat, wie Jeep, wie Maserati, wie Peugeot, aber auch Opel. Und von daher, ihr seht schon, es ist ein wirklich gigantisch großer Automobilkonzern. Ja, und wie schaut es bei denen aus? Die sind mit einem KGV von 3 günstig bewertet, haben eine Marktkapitalisierung von 53 Milliarden US-Dollar und eine Dividendenrendite aktuell von 7,95 Prozent. Also durchaus interessant. Aber, und das muss man auch ganz klar dazu sagen, wir haben hier einige Widerstände, wo der Kurs eben aktuell auch schon wieder abgedroppt ist, also von oben nach unten. Denn das ist hier deutlich schwierig, da drüber zu kommen. Wir sehen es auch schon in der Vergangenheit, über die Höchststände sind wir bis jetzt nicht drüber gekommen. Eher im Gegenteil, da sind wir dann wieder abgeflacht vom Kurs her. Und ich denke, auch das wird aktuell passieren, denn die Märkte sind, wie gesagt, aktuell etwas zu überhitzt. Und wenn der Gesamtmarkt nicht mitspielt, dann wird auch so eine Aktie vermutlich mit abverkauft, wenn sie eben nicht neue All-Time-Highs schafft. Und ja, von daher, das sehe ich auch bei Stellantis. Wir haben hier, wie gesagt, kurzfristig schon eine, ja, durchaus Abverkauf. Aber auch hier könnte die 50-Tage-Linie, die gelbe Linie, wieder etwas, ja, Unterstützung geben. Ich bin aber eher der Meinung, dass es noch weiter runtergehen wird, mindestens bis zur lilanen Linie. Also kann man machen. Wir sind noch offiziell in einem Aufwärtstrend hier, aber die Luft wird dünner da oben. Und von daher, es wäre eine Aktie, die ich jetzt nicht unbedingt haben wollen würde in den aktuellen Zeiten. Und ja, von daher, hier eher tatsächlich Stellantis keine Aktie, die ich haben wollen würde. Weil wahrscheinlich mit Sicherheit auch in den Kommentaren die Frage kommen wird, hey, aber du hast doch jetzt ganz großes PayPal gewichtet, gehst du ja nicht davon aus, dass die auch fallen werden. Ja, die können natürlich mit runtergezogen werden, aber ich kaufe hier tatsächlich auch selber noch nach, beziehungsweise bin investiert, weil ich grundsätzlich davon ausgehe, dass günstig günstig ist. PayPal ist für mich günstig und von daher gehe ich auch davon aus, dass man hier nicht noch weiter fallen wird, beziehungsweise weniger fallen wird als der Gesamtmarkt. Bist du jetzt der Meinung, dass der Gesamtmarkt fallen wird oder möchtest einzelne Aktien shorten, dann kannst du das gerne mit dem Broker machen, der unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Den nutze ich selber auch, kannst auch heute noch damit loslegen und ja, das gerne mal anschauen. Ansonsten natürlich auch gerne dein Feedback da lassen zu diesem Video in den Kommentaren, auch gerne einen Daumen nach oben für das Video. Dankeschön für 100.000 Abonnenten, da kommt auf jeden Fall noch ein Spezialvideo zu. Und ja, gerne auch ein Abo da lassen, wenn du noch kein Abonnent bist und auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn du mehr solche Videos haben möchtest. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin wünsche dir alles, alles Gute, viele schöne Renditen und ja, bis zum nächsten Video. Mach's gut, dein Flo Farrell. Mach's gut, dein Flo Farrell.